Für jeden richtigen Gourmet gibt's nix Besseres als wir Schwammerl, aber natürlich nur selbst gesammelte. Das ist was Feins, Schwammerl. Oder wie wir Experten sagen, auf Lateinisch die Pilze. Pilze, auf Lateinisch Fungi. Halt dein Mei, das hab ich doch grad gesagt. Auf der anderen Seite gibt's nix, das gefährlicher ist, wie im Pilzgewicht. Daran sind schon dreimal mehr drauf verreckt, als wir in der Donau von einem Hai gefressen worden sind. Man muss sich schon gut auskennen, das heißt Experte sein. So, jetzt schauen wir mal. Ah, da wächst gerade einer. Den holen wir uns. So, es ist ein wunderschöner Röhrling, nicht zu verwechseln mit dem, der ganz genau so ausschaut, aber todesgiftig ist. Probier. Probieren sie alles. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Da wollen wir sich nicht hundertprozentig auskennen. Finger weg! Darum sag ich doch halbe, nehmen wir's a Salz für die Soße. Oder Ja, das ist ja schon. Ich weiß es, was ein paar Jahre alt sind.